Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich und kommt nach uns wieder vorbei auf der Zwischenposition und jetzt läuft natürlich alles für den Niederländer weil Diggermoll ist auf Reis und Leifert zurückgefallen auf den rechten Rand das wäre sogar außerhalb der Punkterecke mal ganz stark hier Jani ist krass Neil Jani apparently has gone off as well Jan Seifert really lost out there and dropped to 16th place Mamero is still